Das Besondere hier an der Werkstatt ist, dass wir reelle Arbeitsbezüge haben. Das heißt, hier kommt ein Kunde mit Problemen zu uns und wir versuchen gemeinsam als Team, also das heißt die Jugendlichen und ich, Probleme zu beheben und den Kunden natürlich zufriedenzustellen. Grundlage für meine pädagogische Arbeit ist das anthroposophische Menschenbild, unter dem ich auch die Arbeitseinheiten mit den Jugendlichen immer plane und dann auch durchführe. Wichtig ist es mir, dass die Jugendlichen mit einem Erfolgsgefühl die Arbeit verrichten und dass das Ergebnis auch erfolgsgekrönt ist.